Und wenn man dann, so wie im Falle von Apollot, einen eigenen Channel aufmacht, einen eigenen Server betreibt, dann wird weiterhin Druck ausgeübt, zum Beispiel auf die Bank. Deine politische Gesinnung und deine Ausrichtung und was du fühlst, eine Auswirkung auf dein Bankkonto haben kann. Das ist krass, Bro. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights. Und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community. Und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein von Kayvan Sufi Sjavash, a.k.a. KenFM. Hallo Community, hallo Banker. So, ist ein kurzes Video, eine kurze Ansage, vor vier Tagen hochgeladen. Ich finde, das ist ein sehr interessantes und wichtiges Thema, weil wir da auch letztens so ein bisschen drüber geredet haben und ich selber auch merke, wie ich persönlich, ja, da auch auf jeden Fall betroffen bin. Es geht da ein bisschen so um Freedom of Speech, freie Meinungsäußerung, Einschränkungen von Regierung, von Social Media Plattformen, von Banken schon und ja, ich denke, das ist ein wichtiges Thema, weil ich persönlich der Meinung bin, dass man seine Meinung frei äußern dürfen soll. Selbst wenn diese Meinung mir nicht gefällt, anderen nicht gefällt und die Leute das als falsch sehen, finde ich, wenn es eine Meinung ist, kein Fakt, sondern eine Meinung, dann sollte man die frei äußern dürfen, weil wenn wir in eine Gesellschaft reinkommen, wo man seine Meinung nicht mehr frei sagen darf, dann können wir uns auch nicht wirklich weiterentwickeln. Durch Meinungsdiskurs entsteht erst eine Richtung und wenn du keine freie Meinung mehr haben darfst, dann geht eigentlich so der Intellekt von der Gesellschaft verloren, meiner Meinung nach. Und selbst wenn einer eine richtig ekelhafte Meinung hat, die wirklich viele Menschen angreift, so soll er die trotzdem ausdrücken können, damit andere Menschen da intervenieren können, dass man mit denen reden kann und dass man die eventuell dann auch wieder vom Besseren überzeugen kann. Ist eine ganz wichtige Geschichte meiner Meinung nach und deswegen gehen wir da rein, ich liebe euch. Dabei ist alles, weil dabei ist alles, weil wir sind ja schon dabei. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen, abonniert den Kanal und der Peter geht los. Hallo Community. Hallo Banker im deutschsprachigen Raum, ganz besonders in Deutschland. Wer in diesem Land... BankerInnen, Bro. Spaß. Ja, im besten Deutschland aller Zeiten. Die Regierung kritisiert, der gerät als Privatperson, als Firma oder auch als Presseorgan zunehmend ins Fadenkreuz der Regierung. Die Regierung lässt ihn beobachten und sie sagt, das, was er da an Kritik übt, das ist eine Delegalimierung des Staates. Das wird geradezu kriminalisiert und da wird dann Druck ausgeübt, zum Beispiel auf die großen sozialen Netzwerke, dass Kanäle gekündigt werden. Und das hat sich meiner Meinung nach jetzt in den letzten Wochen und Monaten extrem zugespitzt. Ich habe das gemerkt, seitdem der Digital Service Act in Kraft getreten ist, werden Videos wirklich hardcore weggesperrt, mit Verwarnungen, mit Strikes und man hat kaum noch eine Chance, Videos hochzuladen, die Dinge hinterfragen, die aktuell narrativ sind. Weißt du, wie ich meine? Die gerade so auch unter anderem vom Staat und von den großen Medien vertreten werden. Wenn du da ein bisschen andere Meinungen hast oder da irgendwie eigene Theorien aufstellst oder so, dann hast du definitiv direkt mit Konsequenzen zu rechnen. Und das ist auch Erziehungsmaßnahme so. Es ist kein Zufall, das habe ich bei der Kollegahreaction gesagt, es ist kein Zufall, dass zum Beispiel in dem Bereich, wo ich auch herkomme quasi, oder wo ich auch mal eine Zeit lang teil war, diese Deutschrap-Hip-Hop-Interview-Bereich, eigentlich keiner mehr outside the box irgendwas erzählt und irgendwie über Dinge redet, die jetzt nicht unbedingt mit Musik zu tun haben, sondern so wie wir das teilweise getan haben, über Gesellschaftskritik, über antike Zivilisation, Pyramiden, Verschwörungstheorien in Anführungszeichen, passiert nicht mehr. Weil die Leute gemerkt haben, dass wenn du das tust, hast du mit Konsequenzen zu rechnen. Ein, zwei, drei Exempel wurden da statuiert. Ich war mit einer davon. Und dann haben die Leute sich gesagt, ja komm, fuck it, wir reden nicht mehr darüber. Und genauso ist es auch in der YouTube-Szene. Und das finde ich halt schwierig, Decker. Wenn das alles stirbt und keiner mehr wirklich sich traut, diese Sachen anzusprechen, dann haben wir irgendwann nur noch NPC-Scheiße im Internet und in den Szenen und so. Und das ist doch langweilig, Bro. Wer feiert denn das? Und wenn man dann, so wie im Falle von Apollot, einen eigenen Channel aufmacht, einen eigenen Server betreibt, dann wird weiterhin Druck ausgeübt, zum Beispiel auf die Bank. Das ist halt krass, Decker. Nämlich kündigt die Bank einem das Geschäftskonto. Der Grund für dieses Video ist, dass es uns, Apollot, jetzt zum zweiten Mal passiert. Richtig, wir haben ein Geschäftskonto verloren und blenden jetzt ein neues ein. Und sie von den Banken erkennen sofort, hey. Krass. Revolut, Beste. Diese Bank, diese IBAN, das ist ja keine Bank auf deutschem Boden. Ganz richtig. Dass sie einfach deren, oh, das ist aber krass, Bro. Dass sie dann so weit gehen und sagen, wir gucken, dass die JungsInnen kein Geld mehr verdienen können. Und die gehen über die Banken. Das ist halt eine heftige Sache, finde ich. Wir waren in der Kürze der Zeit darauf angewiesen oder sind gezwungen worden, auf eine internationale Internetbank zu wechseln. Den Usern sei ja gesagt, eure alte Kontoverbindung wird demnächst ins Leere laufen. Bitte wechselt auf diese neue Kontoverbindung. Auch wenn sie ein bisschen anders aussieht. Das sind wir. Das ist Apollot. Unterstützt uns auch weiterhin. Nicht mehr, nicht weniger, sondern genauso. Denn diejenigen, die uns die Kontonummer gibt. Das ist halt, viele Leute regen sich darüber gar nicht auf oder kriegen das gar nicht auch richtig mit. Aber das ist schon eine krasse Sache. Es war ja auch so, dass ein, irgendein normaler Bürger, glaube ich, war das, der Spenden irgendwie rausgehauen hat an die AfD, welche ich persönlich auch nicht fühle und auch nicht unterstütze. Aber so weit sind wir schon gekommen. Dass dann dem sein Konto gesperrt wurde oder die Überweisung irgendwie gecancelt wurde oder irgendwie sowas, weil der einfach eine Spende an die AfD rausgehauen hat. Sparkasse, glaube ich, war das. Das ist halt schon eine krasse Sache. Wenn wir wirklich da jetzt schon hinkommen, dass deine politische Gesinnung und deine Ausrichtung und was du fühlst, eine Auswirkung auf dein Bankkonto haben kann. Das ist krass, Bro. Das ist krass. Und wenn, dann musst du überlegen. Jetzt gehen wir in die Schwurbelei rein, ziehen uns den Aluhut auf, gerne sogar. Musst du überlegen. Stell dir vor, wir haben nur noch Digitalwährungen und kein Bargeld mehr. Dann ist ein Fingerschnips und der Laden ist zu, Digi. Wir wollen vor allem, dass ihr diese Informationen bekommt, die wir bisher publiziert haben, dass ihr das nicht mehr bekommt. Die meinen eigentlich euch. Die meinen euch, die ihr alternative Medien konsumiert. Und den Bankern sei gesagt, was wüssten wir denn eigentlich ohne die Alternativen, die konzernunerweckigen Medien, was wüssten wir da über Taurus? Was wüssten wir da über die RKI-Falls? Was? Da wüssten wir gar nichts, denn die Alternativen haben es als Erste veröffentlicht. Und erst dann, weil es nicht mehr zu vertuschen war, haben die anderen nachgezogen. Ich möchte an dieser Stelle all diesen anderen Folgendes sagen. Im Moment läuft ja durch Deutschland eine Zensurwelle und es trifft zuerst die Brückenköpfe. Wir sind ja nicht die Einzigen. Nein, aber Brückenköp bedeutet, dass wir als Apollot nicht nur selber Reichweite generieren mit unseren eigenen Formaten, unseren vielen Autoren, danke dafür, sondern dass wir eben auch für andere Portale, deren Texte in Podcasts wandeln und die generieren eine deutlich größere Reichweite, als das jeder Einzelne von denen kann. Und genau diese Reichweite passt dieser Regierung nicht, denn sie möchte nicht, dass diese Information breitenwirksam bei der Bevölkerung bekannt wird. Diese Regierung hat Probleme mit der Wahrheit. Ich lehne mich jetzt mal ein bisschen aufs Fenster, meine lieben Freunde. Ich sag, jede Regierung hat Probleme mit der Wahrheit. Die eine mehr, die andere weniger. Kommt auch drauf an, was für Themen. Aber natürlich will eine Regierung das Narrativ steuern, damit das Volk auch hinter der Regierung steht. Weißt du? Und wenn es dann auf einmal so viele Leute gibt, die quasi aufdecken, dass die Regierung uns angelogen hat oder dass Dinge passieren, die nicht okay sind und Dinge passieren, die fürs Volk nicht gut sind und so, dann werden immer mehr Leute die Regierung hinterfragen. Und dann, ja, dann ist die Gesellschaft und die Regierung auch nicht mehr so stabil. Und deswegen wird das einfach aufgehalten. Und das ist aber krass, wenn man uns dann noch verkaufen will, dass wir eigentlich frei sind. Aber im Endeffekt, was Meinung angeht, gerade im öffentlichen Bereich, ist man nicht mehr wirklich frei. Deswegen lässt sie nicht nur theoretisch, sondern ganz praktisch schwärzen. Sie möchte Bankkonten schwärzen, sie möchte Accounts schwärzen, sie möchte jeder Art von Kritik schwärzen. Das heißt, sie errichtet auch ein Wahrheitsministerium. Nur das, was ihrer Wahrheit nützt, soll veröffentlicht werden. Und da bin ich bei George Orwell. Journalismus bedeutet, etwas zu veröffentlichen, von dem andere nicht möchten, dass es veröffentlicht wird. Das war noch mal richtiger Journalismus so. Zum Beispiel die Regierung. Alles andere ist Propaganda. Ja, ja, ja. Die öffentlich-rechtlichen Medien waren mal dafür da, die Regierung kritisch zu hinterfragen und dem Volk mitzuteilen, was die da so verzapfen, damit wir wissen, was da abgeht. Und dann wir quasi wählen gehen können und dann sagen können, nein, wir wollen die nicht mehr, dies, das, blablabla. Mittlerweile gehen die Hand in Hand, die Jungs. So, die sind so. So sind die. Regierung sagt so, alles klar. Öffentlich-rechtliche nur noch das Narrativ. Alle, die was anderes sagen, sind miese rechte Verschwörungs-Nazis. Cancelt die weg. Ich persönlich finde es übrigens beschämend, dass wir als deutsches Presseorgan jetzt auf eine Internetbank ausweisen mussten, auf eine internationale Internetbank. Und ich möchte nicht glauben, dass das wirklich so ist. Ja, wir waren in der Kürze der Zeit, es ist nicht möglich, überall die Klingel zu putzen, aber es wäre ja geradezu beschämend, wenn das so wäre. Ich möchte es nicht glauben. Deswegen, liebe Banker, die das jetzt seht, im deutschsprachigen Raum und speziell in Deutschland, schreibt uns an. Bank at Apollo.net. Würdet ihr uns eine klassische Bank geben? Würdet ihr auch für andere alternative Konzern- oder WG-Medien eine Bankleistung erbringen? Eine vollkommen unpolitische Bankleistung? So, Digga, was hat das mit Politik zu tun? Bruv. Alter, also die greifen da echt bei uns mittlerweile überall mit ein, ne? Also du bist ja doch gar nicht mehr dann wirklich frei, Digga, wenn du keine Bank mehr findest in Deutschland, die deine, deine, das hat ja nichts mit Politik zu tun im Endeffekt, so. Es geht doch um Wirtschaft, es geht um Geld. Du machst Geld mit einem Kanal oder mit einem Server und mit deiner Arbeit und möchtest eine Bank haben, die das verwaltet, so. Die Bank profitiert davon, du hast eine gute Bank. Bruv. Das ist schon krass, ja. Feuerwehr oder ein Krankenhaus oder macht immer das, was die Regierung von euch möchte. Kündigt ihr immer dann, wenn die Regierung anruft. Ist das so? Übrigens, wenn der Job erledigt ist, dass es keine alternative Medien mehr gibt, dann wird es auch den Banken so gehen, denn dann werdet ihr abgeschafft mit euren vielen kleinen Filialen. Denn dann kommt nämlich Apple Pay. Ist euch das klar? Den Dreckjob, den ihr hier macht, der wird euch nicht weiterhelfen. Wenn wir etwas für die Demokratie tun wollen, und ich glaube, ihr seid Freunde der Demokratie, dann geht das nur gemeinsam. Ihr seid hier mit in der Verantwortung. Fakt. Ich bin gespannt, was an Reaktionen kommt. Ich bin da noch voller Hoffnung. Den Unterstützern möchte ich Folgendes sagen. Ich weiß, dass in Zeiten wie diesen der Obolus und das Kleingeld absolut nicht mehr locker sitzen. Das weiß ich absolut. Deswegen vielen Dank für eure Unterstützung. Unterstützt uns nicht mehr und nicht weniger, sondern genauso erneuert eure Daueraufträge mit der genauselben Summe auf diese neue Internetbank. Und wir machen weiter. Ich mache das ja aus dem Ausland, weil für mich ist das Klaster Deutschland, für mich und Teile meiner Familie viel zu gefährlich geworden, ganz ehrlich. Aber ich kämpfe weiter für dieses Land. Das ist doch voll krass, ich schwöre es dir, wenn du mal überlegst, dass der Typ einfach aus Deutschland abgehauen ist, dass er seinen Kanal verloren hat, dass er quasi gefährlich lebt, wenn er in Deutschland ist. Warum? Weil er eine Meinung vertreten hat. Der hat niemandem was angetan, der hat niemandem wehgetan, der hat keine Straftaten begangen. Der hat sich hingesetzt in der Corona-Zeit und seine verfluchte Meinung gesagt, Bro. Tja. Ich bin diesem Land schuldig. Vom Ausland mache ich das. Aber ich kämpfe weiter für dieses Land, weil ich glaube, wir haben ein ziemlich gutes Grundgesetz und dafür lohnt sich das Kämpfen. Und wir haben extra für euch auch nochmal den Claim geändert, damit ihr merkt, wir nehmen das langsam persönlich. Ab sofort heißt es nicht mehr Apollut, das denke ich auch, sondern jetzt heißt es Apollut. Jetzt erst recht. Geiler Typ, Digga. Wichtiger Mann, ich schwöre es dir. Der ist ein sehr starker, also ich persönlich finde den echt gut, den Ken. Und er ist auch einer, der mir in der Zeit, wo ich so hart zu kämpfen hatte mit den ganzen Medien und mit den ganzen Leuten, die mich gecancelt haben wegen meiner Meinung, hat er mir Kraft gegeben, Digga. Zu sehen, dass es Leute gibt, die auch so sind, weißt du. Wo man sich auch dann irgendwie nicht so krass alleine fühlt und nicht so, ja, nicht so krass alleine fühlt halt. Das ist halt eine wichtige Sache so. Sehr wichtig. Teilt dieses Video, erneut eure Daueraufträge, unterstützt uns, gemeinsam haben wir nur gemeinsam eine Chance, diesen Wahnsinn, diesen Regierungskurs in irgendeiner Weise im Einhalt zu gebieten, weil sonst ist das eine Regierungspolitik, die uns sehr, sehr stark erinnert an eine Sekte. Mein Name ist Kevin Zofis-Firawasch und meine Zielgruppe bleibt die Menschheitsfamilie. Vielen Dank. Bester Mann, Digga, ich küsse dein Herz. Gute Ansage auf jeden Fall. Wollte dich unterstützen, weißt du. Weil wie gesagt, auch ich als Creator definitiv da auch schon sehr viel merke und das Gefühl habe, das geht in eine Richtung, die ist einfach nicht mehr gesund. Es ist nicht gesund, wenn du im Internet oder generell deine Meinung nicht mehr sagen kannst, Bro. Deswegen haben wir darauf aufmerksam gemacht, meine lieben Freunde. Schreibt mir eure Gedanken natürlich wie immer unten in die Kommentare rein. Ich liebe euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin. Peace out. Gang.